Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und heute wieder mal mit einem Offizier-Video, aber mit einem Offizier, der im Moment zu meinen absoluten Lieblingsoffizieren gehört. Bevor ich aber über Enterprise-E Riker rede, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, auch meine Videos magst, dann abonniere den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Aber jetzt schauen wir uns Riker mal an. Er ist ein epischer Offizier. Er gehört zur Klasse Kommando, das heißt, man braucht Kommando-Abzeichnungen, um ihn abzugraden. Er gehört zur Gruppe Enterprise-E, das heißt, er kann einem Captain wie Picard zum Beispiel Synergien geben aus dieser Gruppe, wenn er mit auf der Brücke ist, aber eben auch Synergien, bekommen, wenn ein anderer aus der Gruppe auf der Brücke ist, wenn er der Captain ist, was für mich sehr hilfreich ist. Und er gehört zur Fraktion Föderation, das bedeutet, du brauchst Föderations-Credits, um ihn abzugraden. Und wer Riker nicht kennt, da gibt es wieder einiges an Infotext über ihn in der Infobox, aber ich denke, Riker dürfte ja allen bekannt sein aus Next Generation, aus den Filmen, aus der Serie Picard. Da gehe ich im Normalfall davon aus, dass jemand, der Star Trek spielt, Riker zumindest mal gehört hat. Lieblingsoffizier, also zumindest einer davon habe ich gesagt, und das liegt an seiner Kapitänsfähigkeit oder seinem Manöver des Captains. Die heißt, die Ewigkeit wartet. Denn Riker erhöht die Impulsgeschwindigkeit deines Schiffes um 50%. Damit ist er der beste Impulsgeschwindigkeitsverbesserungsoffizier, den ich im Moment habe. Und den setze ich immer in Wellenverteidigung ein. Es gibt ja Wellen mit bis zu 10 Schiffen und dann auch noch 10 Abfangjäger, die ja noch ein bisschen schneller zur Mitte fliegen als die anderen. Das schaffst du nicht ohne hohe Impulsgeschwindigkeit. Und auch alle Forschung und so weiter, die ich gemacht habe, reicht da noch nicht aus. Aber mit Riker ist meine Corvus, die ich da jetzt einsetze, ein richtig schnelles Schiff, obwohl sie selbst gar nicht so weit abgegradet ist und noch gar nicht so viel Impulsgeschwindigkeit hat. Aber Riker ist ein absolutes Muss für mich bei den Wellenverteidigungen. Auch um zum Beispiel beim anderen nochmal auszuhelfen, wenn ich meine Feinde weg habe, wenn ich eine kleinere Welle hatte, einmal quer über die Karte zu schießen, um beim anderen noch mitzuhelfen. Das geht nur, weil ich Riker auf der Brücke habe. Und wenn ich Riker mal vergesse und immer noch Picard als Käpt'n habe, das merkt man wirklich sofort. Und deswegen für Wellenverteidigung ist Riker ein absolutes Muss für mich. Natürlich hat er auch zusätzlich noch eine Offizierfähigkeit und die heißt Angst ist der wahre Feind. Denn Riker erhöht die kritische Trefferchance um 4% für 4 Runden, jedes Mal, wenn du einen Treffer erzielst. Und das Ganze einmal pro Waffe. Das schreiben sie dazu, weil wenn du mein Video zu den Schussmustern gesehen hast oder meine Charts auf meinem Discord dazu gesehen hast, manche Waffen haben ja bis zu 4 Schüsse und es funktioniert dann aber trotzdem nur einmal pro Waffe, auch wenn du viermal mit der gleichen Waffe ein Ziel getroffen hast. Aber auch das ist eine nette Ergänzung. Aber das Wichtige für mich ist die Geschichte mit der Impulsgeschwindigkeit. Da kommen auch Klar und Pan und so nicht mit hinterher. Natürlich hat er als epischer Offizier auch drei mögliche Eigenschaften für Außenteamaufgaben, die man freischalten kann. Das sind Einfallsreich, Taktik und Anführer. Aber du siehst, ich habe da nichts freigeschaltet, weil ich Riker andauernd brauche. Entweder mit auf der Brücke mit Picard, wenn ich die Picard-Crew zum Beispiel für meine Tagesziele, Feinde, Jagder einsetze. Oder natürlich dann in der Wellenverteidigung mit Riker als Captain. Obwohl der ja eigentlich auf die Titan gehört. Aber als Captain ist er bei der Wellenverteidigung, wie gesagt, das A und O. Jetzt habe ich dir den Mund wässrig gemacht wegen Riker und Wellenverteidigung. Und jetzt kommen wir nämlich zum Problem. Die Enterprise-E-Crew gibt es im Spiel nur sehr, sehr, sehr limitiert. Ich habe Riker bekommen, als der Enterprise-E-Erzählbogen da war. Und beim Rekrutieren wird es nämlich kompliziert. Denn wir haben zwar, wenn man ganz rüber scrollt, eine kleine Möglichkeit für Enterprise-E-Offiziere. Nämlich über das Upgraden des Holodecks. Da bekommt man dann bei Level 5, Level 10, Level 15 und Level 25 Teile von Enterprise-E-Offizieren. Aber da ist kein Riker dabei. Und deswegen gibt es, wenn ich nicht komplett blind bin, hier in diesem Spiel keine Möglichkeit außerhalb von Events Teile für Riker zu bekommen. Du musst also auf Events hoffen, um an Enterprise-E-Riker-Teile zu kommen. Das haben wir ja ganz oft bei denen, die gerade neu in der Story sind. Die landen dann irgendwann später mal im Spiel, dass man sie über das Spiel bekommen kann. Das war bei den ganzen Deep Space Nine-Offizieren jetzt nicht Cisco und so, sondern Weyoun, Guldukat und auch die Strange New World Crew für die PvP-Crew für Battleships. Die gab es im Spiel einfach nicht, außer man hatte Glück, dass die bei Events dabei waren. Und das gleiche gilt jetzt halt auch für die Enterprise-E-Crew. Da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Irgendwann werden die sicherlich im Spiel da nochmal weiter auftauchen. An anderer Stelle jetzt die PK-Crew ist ja schon aufgetaucht, dann über den G5-Umtausch. Möglicherweise sind die Enterprise-E-Leute im G6-Umtausch. Das sind dann die Spieler Level 61 und höher. Das ist aber neu. Das gab es früher nicht und ich bin noch nicht da, also kann ich in den G6-Umtausch nicht reinschauen. Denn vielleicht sind sie da drin. Wenn du schon Level 61 plus bist, lass mich bitte wissen, ob da beim seltenen Armada-Umtausch die dabei sind. Im Fünfer sind auf jeden Fall nur die PK-Leute drin. Und im Vierer sind es Lorca und ein paar Borg. Aber nirgendwo Enterprise-E. Und deshalb, Riker, wenn du ihn in Events siehst, das ist der richtige Punkt, ihn zu holen. Denn er ist extrem hilfreich. Ich möchte natürlich auch deine Meinung zu Riker hören, wenn du ihn schon hast. Wie setzt du ihn ein? Was hältst du von seiner Impulsfähigkeit vor allem? Natürlich auch von höheren Spielern, ob er vielleicht in der G6-Umtauschgeschichte mit drin ist. Aber auch, wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch direkt ein weiteres Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.